Herzlich Willkommen zum Wissensmagazin einer neuen Ausgabe und heute geht es um Pluto. Also nicht wirklich um Planeten. Vielleicht hat der ein oder andere das mitbekommen. Pluto ist kein Planet mehr. Er war mal ein Planet, aber ist keiner mehr. Wie kommt das? Da gucken wir uns am besten kurz die Definition an. Ein Planet ist ein Körper, der unsere Sonne umkreist. Er ist so groß, also so massereich, dass er annähernd hydrodynamisches Gleichgewicht hat. Das heißt, er ist kugelförmig. Und er hat seine Bahn gesäubert. Das heißt, da, wo er um die Sonne kreist, da hat er allen Müll, was da noch so rumfliegt, irgendwelche Gesteinsbrocken, Gase und so weiter, aufgesammelt. Naja und wenn das die Definition ist, dann ist Pluto einfach kein Planet mehr, weil auf seiner Bahn, auf der Pluto-Bahn ganz, ganz weit draußen, da geistern ganz, ganz viele andere Objekte noch durch die Gegend. Und das kann man so ausrechnen. Das nennt sich dann planetare Diskriminante. Und die Erde hat eine planetare Diskriminante von 1.700.000. Das heißt, die Objekte, die noch so auf unserer Erdbahn rumfliegen, sind ein Witz gegen die Masse von der Erde. Und bei Pluto ist diese Diskriminante 0,077. Das heißt, da flitzt noch viel mehr auf seiner Bahn rum, das zusammengenommen 30 Mal so schwer ist. Also kann man davon, kann man nach der Definition sagen, jo, Pluto ist kein Planet mehr. Aber wie kommt das eigentlich? Also man macht so eine Definition und dann ist plötzlich ein Körper ein Planet und dann wieder doch nicht. Naja, da muss man sich kurz so ein das kommt so aus dem Griechischen. Das hieß dann wandelnder Stern, weil die Leute erstmal so Sachen gesehen haben am Himmel, an immer wiederkehrenden Stellen und die haben sich deutlich bewegt im Gegensatz zu den Sternen. Deswegen haben die Wissenschaftler von damals diese Dinger wandelnde Sterne genannt. Also der Begriff kommt aus einer Zeit, wo wir noch nicht wussten, dass es davon viel, viel mehr gibt. Genau. Davon gibt es viel, viel mehr. Es gibt um andere Sterne, die nicht unsere Sonne sind, auch Planeten. Wobei der eine oder andere wird jetzt aufschreien, Moment, das ist kein Planet, weil erster Punkt von der Definition, ein Planet ist ein Körper, der um unsere Sonne kreist. Richtig, das sind alles keine Planeten. Die Dinger hat man dann Exoplaneten genannt. Exo kurz für extra solar. Solar unsere Sonne, extra davon weg. Das heißt also, Exoplaneten sind so Dinger wie unsere Planeten, nur sie kreisen um eine andere Sonne. Und das ist ein sehr, sehr junges Forschungsgebiet. So vor 20 Jahren wurde das erste Mal so ein Exoplanet beobachtet und mit der Zeit wurden das immer mehr. So in den letzten paar Jahren, 2010, 2011, 2012, da ist man jetzt schon immer bei 100 neu entdeckten Planeten, die nicht um unsere Sonne kreisen, sondern um entfernte Sterne. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Die meisten Nachweismethoden sind indirekt. Das heißt, wir können nicht diesen Planet direkt sehen, sondern man guckt sich Taumelbewegungen an, wie ein Stern hin und her wankt und rechnet dann zurück, dass da noch irgendein größerer Körper um diesen Stern kreisen muss, das diese Taumelbewegungen erklärt. Aber die Geräte werden toller. Es gibt großartige Teleskope wie das Hubble Space Telescope, wovon jeder wahrscheinlich schon mal gehört hat, oder das VLT, das Very Large Telescope. Und damit kann man mit manchen Methoden auch direkt Sterne beobachten. Die Helligkeit von solchen Planeten ist natürlich extrem gering, gerade weil die ja nur das Licht reflektieren und nicht selbst leuchten. Das heißt, die direkte Beobachtung ist extrem schwierig, weil man sehr, sehr lange belichten muss und dann wahrscheinlich irgendwie eine verschmierte Spur hat. Am 6.6. wanderte die wunderbare Venus vor der Sonnenscheibe her. Das hat man vielleicht mitbekommen, der sogenannte Venus-Transit. Und genau dasselbe gucken wir uns auch bei den Exoplaneten an. Wenn man die Chance hat, dass die Orientierung von der Erde zu dem Stern und zu dem Exoplaneten richtig ist, dass dieser Exoplanet vor der Scheibe des anderen Sterns herwandert, dann hat man eine Chance, diesen Planeten direkt zu betrachten, weil er ja kurz ein wenig die andere Sonne, also diesen Stern, verdunkelt. Beziehungsweise wir haben einen größeren Kontrast und können uns das angucken. Und an der Stelle wird es dann richtig interessant, wenn man das hingekriegt hat und man vielleicht auch ausgerechnet hat, wann sowas nochmal passiert. Wenn man so ein paar Kandidaten hat, die man beobachtet hat, wo man nur indirekten Exoplaneten nachgewiesen hat und vermutet dann und dann wandert der vor dieser Scheibe lang, dann hat man die Chance, dass man sich auch die Atmosphäre angucken kann. Man macht das spektroskopisch. Das heißt also, man guckt sich so einen entfernten Stern an, der auch so einen Exoplaneten hat und vermisst den erstmal. Das heißt, man guckt sich das ganze Wellenlängenspektrum vom sichtbaren und auch vom infraroten Licht an und jeder Stern hat so eine charakteristische Kurve, ja, ein Strahlungsspektrum. Das sieht aus wie ein schwarzer Körper und da sind da so ein paar prominente Linien drin, je nachdem, welche Klasse dieser Stern hat. Da will ich jetzt aber nicht zu sehr drauf eingehen. Wenn man weiß, wie der Stern aussieht und dann wartet, bis der Planet sich vor die Scheibe des Sternes schiebt, dann muss man sehr, sehr genau arbeiten und zwar da, wo man die Atmosphäre vermutet, also direkt am Rand von der Scheibe. Da muss man eine spektroskopische Messung machen, wenn man weiß, was für Licht von hinten kommt und sich dann anguckt, was noch durch diese Atmosphäre durchgeht. Darauf kann man Rückschlüsse ziehen, was da denn alles so in der Atmosphäre drin ist. Da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, okay, da fahren Leute mit Lastern rum, weil da eine hohe Feinstaubbelastung ist, also so detailliert ist es nicht. Man kann nach bestimmten Elementen gucken, aber zum Beispiel Sauerstoff, Wasser oder Methan, das kann man nachweisen in so einem Versuch. Und warum habe ich diese drei jetzt genannt? Man sagt ja immer so, ja, Wissenschaftler, die sind ja alle sehr, sehr ernst und rational und so, aber natürlich suchen auch Wissenschaftler nach außerirdischem Leben. Das klingt jetzt ein bisschen wie Science Fiction, aber Leben heißt ja eigentlich nur, dass da irgendwas ein bisschen Stoffwechsel macht. Das können also auch irgendwelche Sachen sein, die in dem Wasserdampf oder in irgendwelchen Pfützen leben. Das wäre ja schon mal eine schöne Sache. Das, was wir als Leben kennen, das hat immer mit Sauerstoff und Wasser zu tun und ist kohlenstoffbasiert. Und da kommt dann Ockhems Rasiermesser zum Einsatz. Ockhems Rasiermesser sagt einfach, dass die einfachste Erklärung mit den wenigsten Annahmen oft die richtigste ist. Das heißt also, man kann sich nicht sicher sein, aber man hat guten Erfolg, wenn man die wenigsten Annahmen nimmt. Also gehen wir davon aus, dass das extrasolare Leben wahrscheinlich genauso funktioniert wie bei uns auf der Erde. Also irgendwie mit Sauerstoff, irgendwie mit Wasser und Wasserdampf kann man super in der Atmosphäre nachweisen. Und Methan. Methan ist ein wichtiges Stoffwechselprodukt. Das hat ein bisschen schlechte Presse gekriegt, so von den Kühen, die das die ganze Zeit in die Atmosphäre pupst und das ein furchtbares Treibhausgas ist. Aber auf den extrasolaren Planeten interessiert uns das besonders, ob da auch Methan ist. Weil das auch in der Frühgeschichte der Erde eine große Rolle gespielt hat, dass die Erde wärmer wurde. Weil es war ein Treibhausgas und damals musste es auch ein bisschen wärmer werden auf der Erde. Das heißt also, wenn wir so eine Atmosphäre von einem Exoplaneten beobachten, dann können wir Rückschlüsse darauf ziehen, ob da eventuell Leben möglich ist. Das klingt jetzt erstmal irgendwie abgefahren und wahrscheinlich, wenn man dann mehrere Spektrum vermisst, hat man einfach auch öfter mal Glück und findet andauernd Wasser, findet andauernd Sauerstoff, findet andauernd Methan. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, der wichtig ist für Leben. Der Abstand von dem Planeten, um den Stern, wenn die Menschen zum ersten Mal zum Mars fliegen werden. Der Mars ist nicht so viel weiter entfernt von der Sonne. Jedenfalls, wenn wir uns das ganze Sonnensystem angucken. Das ganze Sonnensystem ist so, hier ist die Sonne, dann ist hier die Erde und dann ist da der Mars. Das ist kaum ein Unterschied. Aber der Abstand ist sehr, sehr wichtig. Auf dem Mars ist es ein Stück zu kalt. Wasser gefriert in den meisten Gegenden auf dem Mars. Und so richtig kann sich da dann Leben nicht entwickeln. Genau dasselbe auf der Venus. Das ist der Planet, der weiter innen zur Sonne ist. Da ist es zu heiß. Da verdampft das Wasser und wir haben jede Menge Wasserdampf, beziehungsweise wahrscheinlich noch nicht mal das bei einem Exoplaneten, der eine so kleine Entfernung zu seinem Zentralgestirn hat. Man muss dann also auch ausrechnen, wo ist der perfekte Abstand für den jeweiligen Stern. Die sind ja auch unterschiedlich groß. Das macht die Sache halt auch ein bisschen kompliziert. Was ich damit im Prinzip sagen will, ist, es gibt tatsächlich Wissenschaftler, die sich ernsthaft mit der Frage beschäftigen, gibt es außerirdisches Leben? Das heißt nicht, dass sie nach grünen Männchen suchen. Aber die Frage ist sehr, sehr spannend, weil wir haben sehr, sehr viele Gesteinsbrocken gefunden und auch Gasplaneten, aber größtenteils Gesteinsbrocken, daran ist man sehr interessiert, die um andere Sterne wandern. Insgesamt sind es mittlerweile 779 verschiedene Exoplaneten, die bisher, ich glaube, Juni, Anfang Juni 2012 ist das der Stand, die bisher entdeckt wurden. Das heißt jetzt auch nicht, dass wir auf der Suche nach einer Zivilisation sind, sondern nach den Möglichkeiten für Leben. Richtig, den Nachweis zu erbringen, ja, da lebt irgendwie was, da reicht es leider nicht, sich die Atmosphäre anzugucken. Aber die Chancen erhöhen sich, wenn man diese Sachen einmal untersucht hat. Das war Exoplaneten und warum Pluto kein Planet mehr ist. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Wir sehen uns wieder.